Hallo liebe Freunde der gepflegten Weltraumfahrtsimulation und natürlich des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zu Egonson spielt Kerbyspace Program. Wie kommt es, dass wir nach zwei Jahren Kerbyspace Program wieder aufgreifen? Nun ganz einfach, wir sind bei der Version 1.0 angelangt. Die offizielle Version, die jetzt auch von einem Herstellersquad als praktisch die, ja wir sind aus der Beta draußen, es ist die Verkaufsversion, wenn man so will. Und sie haben selbst gesagt, sie haben jetzt alles implementiert, was sie in den letzten zwei Jahren auf dem Zettel stehen hatten und das schaue ich mir gerne nochmal an. Ich habe bis heute noch nicht den Karrieremodus gespielt, gut gestern mal kurz reingespielt, um heute nicht total wie der Ochs vorm Berg da zu stehen. Deshalb heißt es aber nicht, dass wir da anfangen, denn ich möchte euch natürlich zeigen, was dieser Karrieremodus denn so alles kann. Es gibt den Sandbox Modus nach wie vor, in dem können wir jedes Raumschiffteil benutzen, um unser Traumraumschiff zu bauen. Da haben wir aber schon in dem alten Let's Play den Moon erobert und ganz viele Körbys umgebracht. Es gibt einen Science Mode. You must gather scientific data to research new technologies. Previously a classic career mode. Okay, das hier scheint wohl während der Entwicklungsphase auch ein Karrieremodus gewesen zu sein. Was ich aber gerne spielen würde, ist eben hier der Career Modus, der Karrieremodus, in dem wir jeden Aspekt unseres Space Programms selbst managen müssen. Es gibt die Difficulty Options, die in Schwierigkeitsgrad easy, damit beginnen wir mit 250.000 oder normal und dann sind es nur noch 25.000, gerade mal ein Zehntel davon. Indestructible Facilities gibt es nicht, Allow Stockvessels gibt es nicht. Ich habe gestern mal mit dem Easy Mode angefangen, um einfach mal das Spiel wieder kennenzulernen. Moderat, das seht ihr schon, es geht hier in 90%. Also das hier ist schon schwierig, das ist nicht moderat. Hier ist auch Reverting Flights bei Hard. Ah genau, Reverting Flights ist sehr wichtig. Wenn wir eine Rakete starten und merken, oh, das wird nichts, dann können wir immer noch sagen, ja, machen wir nochmal. Das will ich nicht. Also da muss, ich gehe auch mal davon aus, dass wenn wir hier nur 10.000 an Startgeldern haben, wenn du die erste Rakete in den Sand setzt, dann kannst du das ganze Spiel vergessen. Ich würde sagen, wir spielen es auf normal. Oder? Ja, auf Funce Rebo. Ah, das wird hart. Aber okay, so bin ich gezwungen, auch das Spiel so zu spielen, wie es gespielt werden will. Und eben auch darauf zu achten, kosteneffizient zu arbeiten. Und nicht einfach die dickste Rakete dran zu klatschen und dann unseren Forschungsauftrag damit zu beenden. Unser Spielername ist Egon Son. Dem Egon sein Sohn. Und unsere Flagge. Ja, schau dich das mal an. Die European Space Agency gibt es. Ich suche nach was. Minimalistischem. Na, was Minimalistischem. Ah, hier gibt es sogar eine Flagge, die Minimalistisch heißt. Und die zeigt auch gleich, dass wir praktisch vorm Aufgeben sind. A game with this name already exists. Override. Ja. Mein Testspiel ist da. Oh, na gut, ich hätte es vielleicht doch nicht. Na, egal. So, wo sind wir? Wer sind wir? Wir sind hier in einer nicht ganz so gut schön aussehenden Umgebung. Die Texturen sind hier noch nicht geladen, aber halb so schlimm. Gucken wir es erst mal genau an. Welcome to the Space Center. Gene begrüßt uns hier. Und er sagt uns, wie wir uns hier bewegen können, wie wir navigieren können und mit was wir es hier zu tun haben. Ähm, das Space Center ist aufgeteilt in verschiedenste Gebäude. Hier können wir unser Raumschiff zusammenstellen. Hier können wir Flugzeuge zusammenstellen. Hier können wir Körbis recruiten. Science. Und hier hinten bekommen wir, das habe ich ganz lange nicht gesehen hier hinten, Ähm, Aufträge, die wir erfüllen können, um dann Science-Punkte zu bekommen. Also Wissenschaftspunkte, die seht ihr hier oben. Das hier ist die, wenn mich nicht alles täuscht. Gute Frage, ich bin immer davon ausgegangen, dass das ein Thermometer ist. Hier seht ihr unser Geld, 25.000. Damit müssen wir arbeiten. Und hier kommen wir in die Map. Äh, gehen wir doch erst mal ins Begrüßungscenter an. Hier bekommen wir die Möglichkeit, verschiedene Kampagnen zu starten. Die Fundraising-Kampagne. Ähm, der Vorteil davon ist, dass wir dort Geld bekommen, ja, aber unsere Reputation leitet, unser Ansehen. Das hier ist schon so ein bisschen, die Öffentlichkeit muss uns natürlich auch unterstützen. Ansonsten bekommen wir weniger Aufträge und auch weniger Gelder. Ähm, ich werde, bevor ich hier irgendwas mache, momentan können wir eh nur, äh, uns für einen Kredit bewerben. Oder unsere Research Rights, ähm, verkaufen. Wir bekommen dafür aber momentan nichts. Von daher, lassen wir das mal. Ähm, ja. Ja, hier seht ihr die Contracts. Die Contracts, das sind eben die, ja, Ziele, die man erreichen muss, um mehr Geld zu bekommen. Und die sind am Anfang standardmäßig auf, ähm, ja, erreicht eine Höhe, erreicht eine Distanz und erreicht einen Geschwindigkeitsrekord. Das heißt, wir brauchen eine Rakete, die mindestens 3,5 Kilometer hoch steigt. Am besten 150 Meter pro Sekunde über, äh, übersteigt, ja, oder schneller ist als 150 Meter pro Sekunde. Und idealerweise auch so 5000 Meter von unserer, von unserer Base hier entfernt. Das kriegen wir hin. Danke. Ähm, das kriegen wir hin mit dem, was uns zur Verfügung gestellt wird. Denn, das Tolle beim Karrieremodus ist, dass mir so wenig zur Verfügung steht, ja, wirklich nur hier 1, 2, 3, 4 Bauteile. Okay, 5. 4, 5 Bauteile stehen mir zur Verfügung. Das heißt, ich kann hier gar nichts falsch machen. Ich bin hier gezwungen, praktisch nach dem Baukassenprinzip eine Rakete zu bauen. Hier unten wird mir angezeigt, was die dann kosten soll. Ich nenne es mal Credits, das hat bestimmt auch einen Namen. Kerbellions oder so. Und wir machen auch noch ein, äh, Parajute drauf, damit die Kapsel gerettet werden kann und auch unser Astronaut. Die Crew können wir hier selbst einsetzen. Es gibt Trevor Dyer, Kerman, Valentina, Bob und Bill, Ingenieur, also Ingenieur, Wissenschaftler, Pilot. Wir brauchen Pilot am Anfang. Das, äh, passt so. Und, ja, hier, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mystery Goo, dün, 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 was mag das sein? Parajute in First Stage. Oh ja, die, die Stufen, natürlich nicht vergessen einzustellen. So. Monopropellant, unused monopropellant resource. Und zwar, äh, Kommandokapsel hat wohl auch die Möglichkeit, ähm, ja, hat wohl Treibstoff, um später ein SIS betreiben zu können, aber wir haben noch kein SIS. Was wir aber haben, ist, ist, äh, Mystery Goo Containment Unit. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist ein Wissenschaftsteil. Ich lese mir einfach mal durch, was da steht. Und, äh, this unit was something one of our engineers came upon while Dumpsterdive, äh, while researching alternative applications for existing technologies. It's sealed container, which appears to be filled with a strange-looking substance. We couldn't reach in or break the canister open, but watching how the goo behaves when subjected to different situations could be very educational. More info, ah, rechthemaos haste more info. Okay. Okay, äh, Collectible Data, Rerunnable, No, und Resetable. Electric Charge. Ich glaube, dass unsere Kommandokapsel eigentlich Electric Charge hat. Ich probier's mal. Äh, sollte, also, so viel kostet es ja nicht, ne? Ich bapp das mal hier dran. Ich hoffe, dass die Rakete trotzdem einigermaßen gerade fliegt. Wenn nicht, werden wir's früh genug feststellen. So, wir versuchen jetzt mit dieser super minimalistischen Rakete ohne, ähm, ähm, wie heißt's, äh, Fest, Feststoff, Fest, 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 Feststoff, Rakete, ne? Ähm, ähm, diesen Rekord hier von 3500 Metern zu bekommen. So, und zwar, jetzt pass auf, wir haben hier nämlich, ne, Resources Electrical Charge. Und wenn wir die einstellen, dann müsste doch eigentlich unser, unser Science-Gutdingens hier auch funktionieren, oder nicht? Habe ich's jetzt ein- oder ausgestellt? Ich werd, ich werd mich freuen, wenn's hier runter ginge. Ob, ah, oh. Haha, schon, schon weiter als gestern beim Testlauf. Haha, haha, the goo doesn't seem to, to be doing much right now. Reset Experiment, Keep Data, Transmit Data. Plus 30% Science Value. Transmitting this Experiment will render its module inoperatable. Restoring Funktionality will require a scientist. I should just want to continue. Nö, dann machen wir, äh, übertragen mal die Daten. Erstmal später. Wenn wir in der Luft sind. Recovery, plus 3 Science. Aha, Transmit plus 9 Science. Okay. Ja, dann warten wir doch damit, bis wir wieder gelandet sind. Ich hoffe mal, dass wir dann, ähm, ne, dass wir bis dahin, komm ich hier wieder raus? Muss ich das jetzt aufbehalten? Nee, ne. Warte, mit der rechten Maustaste? Links, rechts, waaah. Ich würd gern erstmal die Rakete starten, bevor das hier... Oder machen wir Recover? Er zwingt mich ja praktisch dazu. Okay, jetzt ist wieder zu. Hm. Ähm, das brauchen wir auch nicht mehr. Aber Electric Charge ist an. Oder nicht? So, ich sehe es jetzt an. Okay. Dann können wir das hier ausschalten. Genau, wir haben noch eine Monopropellent. Den brauchen wir aber nicht. Solid Fuel. Sie haben ja hier die Anzeige. Wenn wir starten. Okay. Dann, es ist praktisch nur eine Zwei-Stufen-Rakete. Die eine Stufe ist ab damit. Die andere Stufe ist Fallschirm. Und ab damit. Und ja. Dieses Science-Ding führt dazu, dass wir nicht gerade geradeaus fliegen. Ich muss sie jetzt schon steuern und gegensteuern. damit das nicht komplett in den Boden fällt. Und jetzt schafft man nicht mal die 3.500, ne? Abort, ne? Komm, 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 komm. Ja! Wir haben es doch geschafft. Nice! Okay, jetzt können wir ja... Äh, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ähm, ja. Warten, bis wir so circa bei 1.000 Metern sind. Fallschirm raus. Und dann... Vielleicht bekommen wir ja sogar noch hin, dass wir... Ah! Alle 3. Sehr gut. 3.500 Meter aufwegt. Dann war doch gut, dass wir dieses Science-Ding hier noch dran gebliebt haben. Sonst wären wir nur Katzen gerade hochgeflogen. Und wieder runter und hätten den Entfernungsrekord nicht bekommen. So. Fallschirm raus. Der Öffner ist sich bei 500, 600 Metern. Und dann können wir hier den Time Warp einstellen. Let's do the Time Warp again! Wie ist das hier? Ah, ne. Wird nur so angezeigt. Ich dachte, das wäre dieselbe Stufe. Okay. Und sachte, sachte und... Oh, es ist explodiert. Das ist sehr gut. Ja, meist explodieren sie was. So, jetzt gucken wir uns nochmal das Science-Ding an. Observe Mr. Regu. Nice. Hat sich nicht viel verändert, ne? Wir bekommen plus 9 Science. Aber hier plus 3 Science. Ja, dann... Ne, wir wollen das schon transmitten. No Communication Devices. Ah, okay. Dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Review Data. Keep Data. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir mir dann jetzt Folgendes machen. Zurück zum Space Center gehen. Und unsere Rakete wieder zurückholen, um sie wieder zu verwenden. Auch unseren Piloten wieder zu bekommen. Da hinten ist sie. Fly. No. Recover. Ja. Genau. Plus 3 Science. Hoffe ich doch mal. Genau. Haben wir also auch. Plus 8 haben wir bekommen. Hier oben seht ihr es. Die Teile können wir wieder verwenden. Sind ja nur 4, 5. Ja, da seht ihr ja, wir bekommen wieder mehr Funds. Ja. Part Value. Und die Crew, Chabadiah, hat einen Erfahrungspunkt bekommen. Und plus 5 Reputation. Sehr gut. Was sind unsere nächsten Ziele? A Speed Record of 450 Meter pro Sekunde. 7500 Meter hoch. Und 11 Kilometer weit weg. Wie sieht es aus? Haben wir Geld gemacht? Wir haben Geld gemacht. Da schau her. Aber bevor wir die hier noch alle machen, schauen wir mal. Available. Escape the Atmosphere. Uh. Das sind... Gut, das kommt so oder so. Und Orbit Curbing, das können wir auch nicht machen. Das gehen wir nicht hin. Ja, wir werden einfach versuchen, die hier weiterzumachen. Escape the Atmosphere. Gibt es da? Wie lange habe ich da Zeit? Expires in 5 Tagen. Hm. Das gehen wir schon hin in 5 Tagen. Genau. Das hier ist einfach nur 70.000 Meter in die Höhe zu schießen. Mach mal bald eh. Hm. Aber erstmal müssen wir die 10.000 Meter schaffen. Da warten wir noch mit. Vielleicht kommt da was Interessanteres in der Zeit. Ja. Wie werden wir schneller? Wie werden wir höher mit den Teilen, die wir haben? Jetzt einfach mehr Teile. Und den, das Science-Ding mag ich diesmal lieber nicht dabei haben. Oder? Wobei, es hat auch ganz gut funktioniert. Aber nicht 4. 1 reicht. Haha. Um noch mehr Science zu bekommen. Mit diesen Science-Punkten. Achso, genau. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Ähm. Die sind... Oh, hier. Aufpassen, dass die Stufen stimmen. Genau. Mit diesen Science-Punkten bekommen wir eben dann die Möglichkeit, neue Raketen oder, ja, neue Antriebe auch zu erforschen, diese zu benutzen. Und dann irgendwann auch Ruder, Lenkruder und so weiter und so fort. So, dann schauen wir mal, ob das hier gut geht. Ich lenke dagegen. Ich habe ein Auge auf den, äh, wie heißt der nochmal? Den Ball hier. Navi-Ball. Sieht nicht so aus, als wir einen Höhenrekord erreichen. Wir haben den Geschwindigkeitsrekord gebrochen. Ja. Wobei 7.500? Nee, bei weitem nicht. Und 11 Kilometer weit weg haben wir es auch nicht geschafft. Da hätte ich, äh, nicht gegenlenken dürfen. Naja. Nun gut, wir haben einen Rekord gebrochen. Das ist doch nicht verkehrt. Vielleicht, äh, bekommt das Science-Wessel auch, äh, noch ein paar. Wuuup. Vielleicht benutzt das, ähm, wie heißt es nochmal? Ich vergesse es immer. Der, den Mystery, der Mystery-Goo. Das Mystery-Goo-Behältnis. Vielleicht, äh, gibt uns das ja ein paar mehr. Wuuuuh. Ah, wir sind auf dem Dach gelandet. Wie geil ist das denn? Okay, wir haben ein paar Feststoff-Raketen verloren. Aber nur drei. Halt so schlimm. Space Center. Da wird es mal wenigstens mal was abholen können. Einmal aufs Dach steigen, bitte. Dort findet ihr den Piloten. Und hier wieder, nee, Fly wollen wir nicht. Recover. Science. Plus 0,8 Science. Ich weiß nicht, wie sich dieser Data-Value, also der Wissenschaftswert, berechnet. Und er hat auch wieder hier keinerlei Erfahrungsbunde gesammelt. Können wir denn, wo ist denn das Science-Lab? Das Science-Lab ist hier. Ja, genau. Können wir hier schon, ah, hier können wir schon Dinge kaufen. Sehr gut. Wir können hier nämlich den Hammer Solid-Fuel-Booster kaufen. Und den werden wir auf jeden Fall brauchen. Genau. Eine bessere Feststoff-Rakete. Und zwei Teile für eine, ja, Flüssigstoff-Rakete. Flüssigstoff, nee. Und Engineering. Hier können wir den Dikappler, der wird sehr wichtig werden. Ähm, Communitron. Damit können wir unsere Wissenschaftsdaten übertragen. Das hier ist Science Junior. Ach so, ein ganzes kleines Labor, das wir unserer Rakete hinzufügen können, um noch mehr Wissenschaftswerte zu bekommen. Und das MK1-Cockpit, was wir ja auch kennen aus dem, ähm, ja, aus dem ersten Teil, wollte ich jetzt sagen. Aus den früheren Versionen. Wir erforschen aber erstmal die Raketenwissenschaften, um eine stärkere, größere Rakete bauen zu können, die dann die Rekorde hier bricht, wie am Schnürchen. Und da werden wir gar nicht viel anderes machen, außer die Feststoff-Rakete hierhin, äh, schauen, dass sie ihren eigenen Platz hier hat. Ähm, ich würde fast schon sagen, wir können mehrere auf einmal. Wir können mal Rekorde auf einmal brechen. Ähm, ja, lass uns das machen. Lass uns das machen. Ähm, 3, komm, warum nicht 4, warum nicht 4, ne? Je, das können wir hier, sie ist 16 Tonnen schwer, 18 Tonnen können wir verbauen. Parachute und Engine Stage, gut, dass wir das mal nachgeguckt haben. Ähm, ich frage mich gerade, ob wir hier zweistufig, ja, ich glaube, zweistufig ist besser. Ja, auf jeden Fall. Weil nämlich am Anfang, äh, ja, ganz viel Reibung durch die Atmosphäre entstehen wird. Und wenn wir die dann größtenteils überwunden haben, können wir nochmal eine Stufe zünden, in der wir dann praktisch ohne Widerstand nochmal ein Stück weiter hoch gehen. Jetzt ist die Frage, will ich auch den, ähm, ja, Distance-Record brechen? Entweder oder. Äh, wir können, ja, wenn wir auf Distanz gehen, verlieren wir ja, Alter, in Höhe. Wenn wir auf Höhe gehen, verlieren wir Distanz. Ich versuche mal, äh, the best of both worlds zu bekommen. So ein bisschen hier rüber, ne? Ja. Wobei es ja auch schon unglaublich verlustreich ist, nicht gerade hochzufliegen. Aber was soll's. Ja, äh, ist auch sehr stabil. Ich muss jetzt hier gar nichts mehr machen. Das sind die Solid Fuel Boosters aufgebraucht. Und, ja, jetzt würde ich nochmal zünden. 7.500. Und ich weiß nicht, wo... Ja, ich lenke jetzt volle Pulle rüber. 11,5 Kilometer Höhe, sehr gut. Mehr werden wir auch nicht hinbekommen. Ich hoffe mal, ja. Dass wir jetzt, jetzt, jetzt lenken, äh, können wir eh nichts mehr dran ändern. Aber wir können hier mal auf der Map schon mal schauen, wo wir denn ungefähr landen werden. Ja, das ist unsere Trajectory. Ja, die wird nicht besser. Ohne, dass wir lenken können, können wir da nicht wirklich viel dran ändern. Ähm, wenigstens... Ich weiß nicht, vielleicht brechen wir ja noch einen Höhenrekord. Wenn wir schon dabei sind. Hier der Atmosphärenmeter, oder, äh, ja doch, Atmosphärenmeter. Zeigt auch schon an, äh, dass hier noch dick Atmosphäre ist. Na gut, nicht mehr ganz so dick, aber immerhin. Und den Speed-Record haben wir auch nicht geschafft. Den Geschwindigkeitsrekord von 57 Minuten pro Sekunde. Ja, da können wir ja eine Rakete bauen. Na, wenigstens die 11 Kilometer noch mitgenommen. Da können wir eine Rakete bauen, die, äh, ja, einfach, was weiß ich, äh, sieben Booster gleichzeitig zündet. Das ist nicht das Problem. Ja, so war es so gut. Jetzt können wir eben nur noch beim Fallen zuschauen. Das können wir auch im Time Warp machen. Wow! Er freut sich, das ist gut. Jappedeia. Ja, bei 1000 Metern langsamer machen. Fallschirm raus. Ausblick genießen. Die Körbelrundung. Bestätigen. 2000. 1000. Er freut sich immer noch. Das ist doch super. Da geht er auf. Da können wir den Time Warp wieder hoch machen. Und hier langsam. Sieht nur langsamer aus. Wir können ja an der Geschwindigkeit nichts ändern. Er hat zum Glück überlebt. Alles okay. Das Science. Das, den Mystery Goo Container werden wir retten. Okay. Space Center. Werden wir retten, nehmen wir das Geld mit. Schauen wir mal, wie viel Geld wir überhaupt haben. Ich habe gar keine Acht drauf. Ich baue hier, was das Zeug hält. Null. Ne. 95.000. Von anfänglich 25.000. Und wenn wir dich hier noch recovern. Erstmal bei 97.000. Haben wir da drei Wissenschaftspunkte dazu bekommen. Und brauchen jetzt nur noch einen, um auch noch den Dikappler zu bauen. Mit dem Dikappler können wir mehrstufige Raketen bauen. Das hätte ich schon gerne noch gemacht. Ja. Soll mal eine bauen, die einfach nur unglaublich stark ist, um den Geschwindigkeitsrekord zu schaffen. Vielleicht schafft man dann auch einen Höhenrekord in neuen. Hier wird uns angezeigt, dass wir die ganzen Contracts geschafft haben. 26,5 Kilometer. Wir haben doch eben schon 24, 25 Kilometer. Ja. Also. Können wir hin. Das letzte für euch. Was soll ich für euch? Hammer Boosters. Okay. Wer hilft mehr? Und dann machen wir hier auch nochmal. Warte. Euch alle hier rein. Sag mal. Habe ich überhaupt? Doch. Habe ich. Ja. Launchpad can support wrestles heavier than 18 tons. Hm. Unable to launch. Da habe ich was für euch. Da habe ich was für euch. Ähm. Safe and Continue. Unser Launchpad. Ist nicht dafür ausgestattet, so große Dinger hier zu starten. Äh. Hier können wir übrigens auch. Ah ja. Äh. Schiffe laden, die wir schon mal benutzt haben. Was ich auch machen will, ist mit der rechten Maustaste hier draufklicken. Und. Ja. Das hier upgraden. Das kostet zwar all unser Geld. Ja fast. Aber das ermöglicht uns dann, ähm. Genau. Die. Unsere Wunschraketen starten zu lassen. Irgendwo müssen wir mal upgraden. Können wir auch hier machen. Jetzt ist es nur eine Feststoffrakete. Selza. Structural. Wir können hier, äh. Noch Zeug dran bauen. Brauchen wir aber nicht. Das ist nur schwer. Und bringt nicht wirklich was im Moment. Später vielleicht. So, mit sechs Raketen dran. Dürfe das kein Problem sein. So, wir zielen auf den Geschwindigkeitsrekord ab. Und wir zielen auf den... Halt. Habe ich die Stufen jetzt richtig gemacht. Geschwindigkeitsrekord und Höhenrekord. Nein, Stufen habe ich nicht richtig gemacht. Aber zum Glück können wir das hier noch ändern. Mal eben noch. Kurz vor dem Start. Äh, ja. Wir ändern nochmal. Was? Wir ändern jetzt? Ja. Und Start. Ich hoffe mal, dass alles gut geht. Schlenk mal nicht. Ja, ja. Und er fliegt gerade hoch. Das ist super. Das seht ihr schon. Es gibt jetzt unglaublich Reibungseffekte. In der Atmosphäre. Wir beschleunigen. Das ist sehr gut. Den Geschwindigkeitsrekord haben wir nicht geknackt, ne? Doch. Sehr gut. Sehr gut. Die 28 Kilometer kriegen wir auch hin. Auf jeden Fall, oder? Ja. 400 Meter pro Sekunde. Da fällt aber schon krass. Oh, das wird sehr knapp. Ob das 26,5 werden, ist eine gute... Ah doch, da sind wir ja schon dabei. Nice. Jetzt, wo es nichts mehr gibt, worüber wir uns freuen können. Können wir auch wieder schneller machen. Den Ausblick genießen. Ah, schön. Das dürfen wir uns jetzt wieder ein Heidengeld geben. Auch wieder den benötigten Wissenschaftspunkt. Um dann den nächsten Schritt für unsere Körbels und für Chepedaia zu machen. Nicht vergessen, den Fallschirm aufzumachen. Bei ca. 1000 Metern. Oder 1000 Meter über dem... Über der Körbeloberfläche. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Wenn wir jetzt hier in die Berge fliegen, dann wird der Höhenmeter... Ändert sich nicht. Der ist ja genullt auf... auf Meereshöhe, ne? Das heißt, wenn wir denn dann einen Berg... Auf einem Bergland sollen, der 1000 Meter hoch ist, ja? Kann sein, dass wir einen Fallschirm erst aufmachen, wenn das Ding schon am Boden zerschellt ist. Teil überhaupt nochmal hoch. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Da werden jetzt wieder ein paar explodieren. Aber er überlebt's. So ist das wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wenn wir dann neue Wissenschaft entdecken. Ich muss mal... Aber ich schaue mal noch, ob das jetzt auch wirklich so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Dass wir einen Wissenschaftspunkt auch bekommen. Wenn wir dich jetzt hier... Recovern. Nein. Doch. Ja. Science 3 Parts crew done. Ne, doch nicht. Hm. Na, müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Aber wir haben wieder Geld. Die Investition hier hat sich gelohnt. Bis zum nächsten Mal. Euer Egon Son.